Willkommen zurück zu Splatoon 3 im Salmon Run. Klecks konzentrat habe ich. Schauen wir mal wo die Gegner herkommen. Kommt von da unten. Ein Hit. Nehmen wir mal die 3 mit. Machen wir mal die Gegner weg. Dann kann ich da durchgehen. Dem ganzen ausweichen. Genau. Gehen dann von hinten. Genau. Dann kriegen wir da wieder 3. Machen wir die mal weg. Sehr gut. Wir nehmen den Korb rein. Machen wir den mal weg. Hopp. Irgendwie da runter gehen, dass die nach unten kommen. Kommt der? Ja. Sehr gut. Haben wir. Da haben wir schon mal 3 Stück. Ja, warte. Mal nach da drüben. Genau. Sollte jemand zu dem Stapler gehen. Haben sie schon gemacht. Sehr gut. Hopp. Das nimmt er noch mit. Haben wir Bälle 1 mal geschafft. Hopp. Hopp. Komm mal her. Ja. Hopp. Auch den haben wir. schon ein bisschen was können wir noch in den Korb bringen. Und dann noch diese Zeit. Alle 5. Ja, gleich haben wir es. Sehr gut. Bälle 1 haben wir geschafft. Und dann geht es jetzt in Bälle 2. Hopp. Zeitroller. Okay. Mal einen Roller. Oh, wir gehen nach unten. Bleiben wir mal unten. Nebel haben wir auch. Ist jetzt nicht ganz so gut, aber werden wir es schaffen. Mal her. Rüberfahren. Hopp. Hopp. Ja, mal ein bisschen weg. Hopp. Mal her da. Ja. Sehr gut. Ja, da kommen sie auch. Das sind halt auch ein paar. Habe ich den. Ich sehe halt nicht wo der. Jetzt kommt er wieder. Da ist er. Ja. Da haben wir die 3. Und dann 10 Stück fehlen noch. Das 10 brauchen wir noch. Und da geht es nicht lang. Hopp. Da. Hopp. Ja. Da ist der gleiche. Komm mal her. Ja. Wir zwei sind da. Da sind zwei von denen. Geht eigentlich sehr gut. Ähm. Da haben wir diesen Turm. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Weil wir haben es eh geschafft. Kommt er? Kommt sogar da rauf. Ja. Ja. Habe ich. Hopp. Hopp. Ja. Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch 10 Sekunden in der Welle. Das werden wir überstehen. Und auch Welle 2. Haben wir geschafft. Gehen wir in die dritte Welle. Hopp. Wasser geht wieder nach oben. Dunkel bleibt's. Ah. Wir haben den. Schauen wir mal wo sich der versteckt. Hopp. Da ist er. Ja. Hopp. 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 Die für Welle 3 sind Trommelschwapper. Das geht auch sehr gut mit dem. Hopp. Dann hauen wir da mal ein paar rein. Ja. Sechs Stück haben wir schon. Kommt. Nicht da. Nicht da. Nicht da. Hopp. 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 Komm mal her. Hä? Ja. Hopp. Da ist er auch nicht. Aber da unten. Da unten ist er. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Immerhin ein bisschen was konnten wir noch holen. Hopp. Denn da hoch. Acht Stück fehlen noch. Also ich würde ihn noch einmal dann holen. Mach mal auf. Wo ist er? Warte. Hopp. Ah. War noch ein bisschen viele Gegner gerade da. Aber okay. Komm her. Zäh. Hopp. Und dann geht es sich um eins nicht aus, oder? Ja. Da haben wir eins zu wenig in den Korb gebracht. Aber okay. Ja. Verlieren wir aber keine Punkte, weil wir in Welle 3 waren. Das ist auch gut. Gut. Aber wir bekommen halt keine dazu. Gut. Dann gehen wir in die nächste Schicht. Click auf. Während ist 1. Okay. So. das ganze mal an und wo kommen sie die gegner kommen von da unten okay gehen wir mal nach hier ein bisschen was fehlt da noch rein da jetzt keiner getroffen oder nein eins fehlt noch eine seite er macht darauf ja da noch einer weil es sind gerade ein bisschen viele gegner und dann hat er mich getroffen und daher ja sehr gut nein leider nicht jetzt aber kommen wie viele denn noch jetzt kommt hallo team hallo ist da keiner da ist einfach keiner ja cool wo auch immer da keiner nach unten geht das ist halt nicht gut ja einmal keine aufteilung gehabt im team keiner hergekommen und dann war's gut und danke fürs ansehen hoffe ihr euch gefallen bis zum nächsten mal euer rutschlumpf tschüss bis zum nächsten mal